Zensur in Manga. Ich könnte ein Video drüber drehen, könnte ranten, könnte alles verfluchen und so weiter und so fort. Ich könnte euch auch einfach aber den Link von Facebook unten reinposten, da könnt ihr euch das Ganze selber durchlesen. Es spricht Bände meiner Meinung nach und ich brauche da glaube ich gar nicht mehr viel zu tun, weil das wurde alles schon gesagt. Und falls es gelöscht wurde, werde ich es unten nochmal irgendwie in Textform verfassen, dass es ja bleibt und dass man das mal sieht. Und ja, was soll ich sagen, es ist einfach, hört auf bei Userfragen dummes Smileys zu benutzen, freche Smileys vor allem, noch irgendwelche dummen Gezwinker und hey, ich weiß es besser und damit regt ihr die Leute nur auf. Das ist eine dumme Marketingaktion. Wenn ihr irgendwas zu lobpreist oder so, ist das eine andere Sache. Von mir aus nutzt er die Smileys en masse, aber bei einer wirklich ernsten Diskussion über ein wirklich ernstes Thema, keine Smileys. Das ist keine Smileys, das ist Bullshit. Und die Meinungen, die man da liest, wie gesagt, die sprechen Bände, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Ich finde es erschreckend, wenn man Zensur umschreibt und sagt, dass es keine wäre und laut Definition aber genau das ist. Das ist keine Verteidigung, das ist einfach nur eine verschrobene Realitätswahrnehmung und nicht mehr. Man versucht dem Kunden irgendwie einzubläuen, dass sie falsch liegen und dass sie alle dumm sind. Und ob das ein Unternehmen so tun sollte, so ein Publisher, meiner Meinung nach nicht. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich könnte tausend Minuten darüber reden, aber wisst ihr was? Ich will lieber über gute Dinge reden. Und wenn das so weitergeht, dann wird es halt wohl bald keine Egmont-Manga mehr geben. Ganz einfach ist die Sache. Also da sehe ich gar kein Problem drin, weil das ist eine Art, wo ich mich nicht mehr mit identifizieren kann als Leser. Absolut nicht. Und ich denke, damit ist das Thema auch gegessen. Also macht was draus, lernt an euren Fehlern oder zensiert halt weiter und versucht halt die Leute für dumm zu verkaufen. Aber ich kann garantieren, die Leute haben keinen Bock drauf und ich auch nicht. Und das Ganze ist Kindergarten. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie nochmal irgendwann ein großes Thema aufzusetzen oder darüber zu sprechen. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Es ist mir zu dumm. Nein, aber ich glaube, es ist mir zu. Untertitelung des ZDF, 2020